Der nächste Tagesordnungspunkt beschäftigt sich mit einem Aspekt der Sterbehilfe. In Deutschland ist es so, dass unheilbar kranke Menschen, die ein Betäubungsmittel haben möchten, um sich damit das Leben zu nehmen, eigentlich in Ausnahmesituationen, so hat es das Bundesverwaltungsgericht im März 2017 entschieden, in Ausnahmesituationen dieses Mittel bekommen können vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Im letzten Jahr war es allerdings so, dass dieses Bundesinstitut alle Gesuche abgelehnt hat, und zwar auf Anweisung des Bundesgesundheitsministeriums. Denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat darauf verwiesen, dass der Bundestag Ende 2015 die organisierte Beihilfe verboten hat. Und er sagt, die höchste Form der Organisation wäre es, wenn der Staat in dieser Angelegenheit hilft. Die FDP sagt nun, dass das geregelt werden muss, dass Patienten in extremen Ausnahmesituationen, nämlich Betäubungsmittel zur Verfügung gestellt bekommen, und fordert deswegen, den entsprechenden Paragrafen im Strafgesetzbuch zu ändern. Hier gibt es Irritationen, wer der erste Redner ist. Weil wir hier über die Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses beraten, ist erster Redner für die Fraktion der CDU-CSU der Kollege Rudolf Henke. Er sitzt im Gesundheitsausschuss, aber ist auch Vorsitzender des Marburger Bundes. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben in der vergangenen Legislaturperiode hier im Deutschen Bundestag eine intensive Debatte über die Beihilfe zum Suizid geführt und an deren Ende mit großer Mehrheit der Abgeordneten für ein Verbot der geschäftsmäßigen, also eine auf Wiederholung angelegte Förderung zur Selbsttötung gestimmt. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 2.03.2017 entschieden, dass schwer und unheilbar Erkrankte in extremen Ausnahmesituationen einen Anspruch auf Medikamente zur schmerzlosen Selbsttötung haben könnten. Nach den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes sei es grundsätzlich nicht möglich, den Erwerb eines Betäubungsmittels zum Zweck der Selbsttötung zu erlauben. Hiervon sei aber unter Berufung auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Fällen einer extremen Notlage eine Ausnahme zu machen. Und dann zählt das Bundesverwaltungsgericht diese extremen Ausnahmen im Einzelnen auf, insbesondere wenn die schwere und unheilbare Erkrankung mit gravierenden körperlichen Leiden insbesondere starken Schmerzen verbunden ist, die bei den Betroffenen zu einem unerträglichen Leidensdruck führen und nicht ausreichend gelindert werden können. Aus dieser Situation hat die FDP jetzt den Vorschlag eines Bescheidungsverfahrens abgeleitet, bei dem man im Grunde genommen einen Antrag an ein Amt, das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte stellen kann, und dann in diesem Bescheidungsverfahren ein amtlicher Bescheid darüber ergeht, ob einem ein tödliches Arzneimittel dann abgegeben werden kann oder nicht abgegeben werden kann. Nun muss man sehen, dass dieser Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ein Sachverhalt zugrunde liegt, der sich im Jahr 2002 ereignet hat. Die Betroffene verstarb im Februar 2005. Und deshalb ist maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt, der dem Verpflichtungsbegehren zugrunde liegt, der Zeitpunkt, zu dem der Tod der Betroffenen eingetreten ist. Und das Bundesverwaltungsgericht selbst hat die in einem palliativ begleiteten Behandlungsabbruch bestehende Alternative gesehen und die Verpflichtung des BFARM danach ausgerichtet. Stehen diesem Weg nicht eventuelle Grenzen der Palliativmedizin oder sonstige Umstände entgegen, so schließt der Senat des Bundesverwaltungsgerichts die Erteilung einer Erlaubnis zum Erwerb eines tödlichen Betäubungsmittels aus. Geht man davon aus, dass jedenfalls heute Menschen in einer Situation wie die damalige Betroffene dieser Weg offen steht in der Palliativmedizin, so hätte es damit sein Bewenden, so das Bundesverwaltungsgericht selbst. Und deswegen begrüße ich es ausdrücklich, und wir begrüßen es als Fraktion auch sehr, dass das Bundesministerium für Gesundheit sowohl unter Hermann Gröhe als Minister als auch unter Jens Spahn die Kompetenz des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte nicht darin sieht, Selbsttötungen durch einen Verwaltungsakt aktiv zu unterstützen. Wir finden das in dem konkreten Fall mehr als nachvollziehbar. Es zeugt auch vom Respekt vor der Entscheidung, die der Deutsche Bundestag selbst getroffen hat. Es wäre ja hochgradig widersprüchlich, einerseits zu sagen, wir unterbinden die auf Wiederholung gerichtete Abgabe von Arzneimitteln durch Ärztinnen und Ärzte, die sich mindestens ja auf eine persönliche Begleitung und Behandlung der Kranken einlassen, die die gesamte psychologische Situation, vielleicht die familiäre Situation, ganz genau kennen und die auch die Möglichkeiten der Therapie beurteilen können. Da unterbinden wir das und dann machen wir das als Staat aber möglich in einem Bescheidungsverfahren durch eine Behörde. Wie soll dieses Bescheidungsverfahren denn ablaufen? Was hat das denn mit menschlicher Begegnung zu tun? Ich meine, dass in diesem Punkt man sagen muss, wir haben, bevor wir über die Suizidassistenz entschieden haben, auch entschieden, mit dem Hospiz- und Palliativstärkungsgesetz eben für jedermann die Alternative zur Verfügung zu stellen, die darin besteht, auf Palliativmedizin zurückgreifen zu können. Und angesichts dieser Alternative müsste heute das Bundesverwaltungsgericht selbst in dem konkreten Fall zu dem Ergebnis kommen, dass dieser Anspruch, der für 2002 und 2005 vielleicht gebilligt worden sein mag, heute zu verweigern wäre. Und deswegen schützt die Entscheidung des Bundesministers für Gesundheit das, was der Rechtsprechung entspricht, auch den Kriterien des Bundesverwaltungsgerichts und das Recht dem, was der Deutsche Bundestag in der Zwischenzeit beschlossen hat. Und deswegen bitte ich darum, den FDP-Antrag abzulehnen. Rudolf Henkel von der Unionsfraktion. Auf ihn folgt jetzt Detlef Spangenberg. Er sitzt ebenfalls im Gesundheitsausschuss und ist von der AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Rechtssicherheit für schwer und unheilbar Erkrankte in einer extremen Notlage schaffen, so der Antrag der FDP. Ja, wir sprechen hier über ein hochsensibles Gebiet, unfassbares Leid, Lähmungen, Krebserkrankungen in unvorstellbaren Ausmaßen, eine nicht nachvollziehbare Situation von denen, die nicht betroffen sind. Und ich denke, man sollte durchaus darüber nachdenken, ob nicht allein die eigene, nicht von anderen zu beurteilende Wahrnehmung des Betroffenen auf den eigenen Zustand hier gilt. Und dabei ist nicht darauf abzustellen, was die Medizin als Lebensverlängerung heute ermöglicht. Palliative Medizin ist nicht nur Alternative, sondern auch parallel zu sehen, die Suizidbeihilfe zu verlangen. So einige Meinungen auch bei dieser Diskussion. Ich wollte mal auf die Probleme eingehen, die es hier geben kann. Erstens den Begriff der sogenannten aktiven Sterbehilfe. Wir haben da also die indirekte Sterbehilfe. Da spricht man darüber, dass sie erlaubt sein kann nach § 34 Strafgesetzbuch als Notstand. Allerdings muss da die Tatherrschaft beim Suizidenten selbst liegen. Oder direkte Tötung auf Verlangen, strafbar nach § 216 Strafgesetzbuch. Und hier sagen auch einige Stimmen, rechtlich ungereimt ist diese Situation. Die Haupttat, dass ich mich selber umbringen kann, ist erlaubt. Die Beihilfehandlung strafbar, obwohl die Willenserklärung eindeutig und unmissverständlich vorliegt. Auch das wird diskutiert. Wir haben ein zweites Problem. Die Musterberufsordnung der Ärzte. In vielen Landesärztekammern ist es den Ärzten verboten, beim Suizid mitzuhelfen. Und das wiederum bringt viele Ärzte in Probleme, in gewisses Nöte. Und wird ebenfalls diskutiert. Und nun haben wir das, was wir eben schon teilweise hörten, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes von 2017. Sie beziehen sich auf den Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes, und zwar die Begriffe Würde und Persönlichkeitsrecht. Und unter Persönlichkeitsrecht wird auch dort verstanden, das Recht eines schweren, unhaltbaren Kranken selbst zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt er sein Leben beenden kann. Voraussetzung ist natürlich der freie Wille, den er dabei auch wirklich deutlich äußern kann, über den er auch noch verfügt. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hätte prüfen müssen, ob eine Ausnahmesituation vorlag oder auch nicht. Und mit Hinweis auf den Paragraf 5 Absatz 1 Nummer 6 Betäubungsmittelgesetz wurde das abgelehnt. Und nun hat das Bundesministerium für Gesundheit durch einen Nichtanwendungserlass dem Institut nur gesagt, dieses Urteil umzusetzen, über das wir eben schon gesprochen haben, und die Medikamente zur Verfügung zu stellen. Auch dies gilt als eine sehr umstrittene Entscheidung des Bundesministeriums für Gesundheit. Der Paragraf 217 Strafgesetzbuch Absatz 2 ist ebenfalls problematisch, weil hier der Begriff geschäftswesig reinkommt. Vielleicht hat man sich am Handelsrecht orientieren wollen, woher die Begriffe für ein Gewerbe dann definiert sind mit Gewitterziehungsabsicht, Teilnahme im öffentlichen Verkehr und so weiter. Die Problematik ist, dass schon ein zweimaliges Handeln, was eigentlich erlaubt wäre, dann bereits strafbar sein könnte. Meine Damen und Herren, so wird zumindest diskutiert. Hintergrund ist natürlich das Wichtigste. Die Betroffenen suchen aber einen Ausweg. Und die Betroffenen dürfen hier nicht alleingelassen werden. Die Betroffenen suchen einen Ausweg. Was machen sie? Sie suchen ihn außerhalb Deutschlands. Das ist das Problem. Und zwischen 2008 und 2012 haben sich nach der Statistik 268 Menschen aus Deutschland in der Schweiz bei der Selbsttötung assistieren lassen. Das kann auch nicht der Ausweg sein. So auch die unheilbar Erkrankte, von der wir eben gehört haben, im Jahre 2005. Meine Damen und Herren, die AfD wird sich bei diesem Antrag enthalten, mit der Begründung, dass beim Bundesverfassungsgericht viele Entscheidungen derzeit nur anstehen. Und wir sind der Meinung, bei dieser schweren Entscheidung etwas klar zu formulieren, sollten wir diese Begründung dort noch abwarten. Die AfD-Fraktion ist bereit, fraktionsübergreifend an einem Antrag gesetzte Entwurf mitzubürgen. Recht vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Martina Stamp-Fiebig. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Muss der Staat einem schwer und unheilbar kranken Menschen, der sterben möchte, ein tödliches Medikament zugänglich machen? Diese Frage berührt Verfassungsgrundsätze, und es geht um die Menschenwürde und das Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt auch das Recht, seinem Leben freiwillig ein Ende zu machen. Diese Frage ist nun, welche Rolle der Staat dabei spielen soll. Darf der Staat Suizid unterstützen? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Das Bundesverwaltungsgericht hat mit dem Urteil von März 2017 festgestellt, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht das Recht eines schwer und unheilbar kranken Menschen umfasst, zu entscheiden, wie und wann soll mein Leben enden. Laut Urteil muss das Betäubungsmittelgesetz deshalb so ausgelegt werden, dass der Medikamentenerwerb für den Suizid möglich ist. Voraussetzung ist aber das Vorliegen einer schweren und unheilbaren Erkrankung sowie einer extremen Notlage. Es muss ein unerträglicher Leidensdruck vorliegen, der nicht ausreichend gelindert werden kann. Nur wenn es keine andere zumutbare Möglichkeit des Suizids gibt, muss das Arzneimittel für diesen Suizid zur Verfügung gestellt werden. Es geht also nach diesem Urteil nicht mehr um die Frage, ob, sondern der Staat muss in Ausnahmefällen den kranken Menschen dieses Medikament zur Verfügung stellen. Beim Bfam liegen 100 Anträge auf einen Erwerb eines tödlichen Medikaments für Selbsttötung, das gefordert wird. Diese Anträge werden aktuell nicht bearbeitet. Zum einen ist es gut möglich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich strafbar machen würden. Zum anderen sind weder die anzulegenden Entscheidungskriterien noch das Entscheidungsverfahren geklärt. Genau darüber müssen wir uns aber in einer breiten gesellschaftlichen und ethischen Debatte verständigen. Da, wo Grundrechte von Fragen von Leben und Tod betroffen sind, darf es nicht allein auf die subjektive Beurteilung Einzelner ankommen. Was ist denn eine extreme Notlage? Wann besteht unerträglicher Leidensdruck? Und was ist eine zumutbare Alternative zur Verwirklichung der Selbsttötung? Das alles muss geklärt werden. Wir müssen im Auge behalten, dass es hier um Grenz- und Ausnahmefälle geht. Und es wäre fatal, wenn wir Strukturen schaffen würden, die den Suizid für kranke und verletzliche Menschen zu einer normalen Option machen würden. Im schlimmsten Fall könnte daraus eine gesellschaftliche Erwartungshaltung zur Selbsttötung werden. Und natürlich ist es so, dass auch Regeln für Ausnahmefälle die Normalität verändern. Aus meiner Sicht sollten wir die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Beschwerden zum § 217 abwarten. Diese Entscheidung steht in der kommenden Woche an. Und es kann dann sein, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir uns wieder um die andere Frage der Sterbehilfe kümmern müssen. Deshalb bin ich dafür, dass wir den Weg freimachen für eine intensive Diskussion hier im Parlament. Die Ergebnisse sollten in Gruppenanträgen fließen, über die wir dann ohne Fraktionsdisziplin entscheiden können. Für einen Beschluss ist es aber noch zu früh. Und deshalb lehnen wir den FDP-Antrag ab. Herzlichen Dank. Martina Stamm-Fiebig war das von der SPD-Fraktion. Auf sie folgt jetzt Katrin Henk-Plahr, FDP-Fraktion, die ja diesen Antrag eingereicht hat. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, im März 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht über den Fall einer Dame zu befinden, die vom Hals abwärts gelähmt war, künstlich beatmet werden musste und unter ständigen Krampfanfällen litt. Sie hatte starke Schmerzen. Aussicht auf Besserung bestand nicht. Die Dame hatte aufgrund dieser von ihr als unerträglich und entwürdigend empfundenen Leidenssituation den Wunsch, ihr Leben zu beenden. Da das Verfahren sich in die Länge zog, hat sie ihren Sterbewunsch vor dem Urteilsspruch in der Schweiz realisiert. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein bemerkenswertes Urteil gefällt, um aus den Leitsätzen zu zitieren, Das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst auch das Recht eines schwer und unheilbar kranken Menschen, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sein Leben enden soll, vorausgesetzt, er kann seinen Willen frei bilden und entsprechend handeln. Das Bundesverwaltungsgericht befand, dass schwer und unheilbar Kranken in einer extremen Notlage der Erwerb eines tödlichen Medikaments ermöglicht werden müsse. Die Reaktion der Bundesregierung auf das Urteil dann war und ist skandalös. Seit über zwei Jahren wird im Bundesgesundheitsministerium alles getan, um die Umsetzung des Urteils zu verzögern und zu verhindern. Alles, damit die schwer erkrankten Betroffenen nicht zu ihrem Recht kommen, selbstbestimmt sterben zu dürfen. Nachdem das Urteil hausintern umfassend geprüft und ausgewertet wurde, ließ man es für 95.200 Euro noch mal rechtsgutachterlich prüfen. Aber natürlich nicht, ohne vorher zu wissen, was hinterher das Ergebnis des Gutachtens sein würde. Auch dieses Verhinderungsgutachten musste man dann natürlich nochmals auswerten. Nach über einem Jahr hat der Bundesgesundheitsminister dann verfügen lassen, dass das Urteil in anderen gleichgelagerten Fällen nicht angewendet werden soll. Erneut ein ungeheuerlicher Vorgang. Ein Minister als Teil der Exekutive stellt sich und seine ideologisch motivierte Meinung über das Urteil eines höchsten Gerichts. Wir leben doch hier in keinem Willkürstaat. Denken wir an die Konsequenzen für die Betroffenen. Weit über 100 Personen haben ebenfalls einen Antrag auf Erwerb eines Medikaments zur Selbsttötung gestellt. Diese Anträge werden nun der Weisung aus dem Gesundheitsministerium folgend abgelehnt. Die Betroffenen können aber natürlich, wenn sie tatsächlich die Kraft haben und die Zeit aufbringen können, den Klageweg beschreiten und werden dann Recht bekommen. Das mutet die Bundesregierung unter massiven Schmerzen leidenden unheilbar Kranken zu. Unter denjenigen, die derzeit den Rechtsblick beschreiten, ist zum Beispiel ein Multiple Sklerosa Erkrankter, der vollkommen bewegungsunfähig ist und mit der Außenwelt über einen sprachgesteuerten Computer kommuniziert. Außer auf Heilung besteht, er erlebt, so hat es sein Rechtsanwalt in der Anhörung des Gesundheitsausschusses beschrieben, sein Leben als unerträglich und würdelos und hat Angst, dass er aufgrund der Erkrankung schließlich ersticken wird. Ebenfalls klagt eine 65-jährige Frau, die unter inzwischen acht bösartigen Tumoren des Weichteilgewebes leidet, nur noch palliativ behandelt wird, laut Aussage der behandelnden Ärzte schon längst hätte verstorben sein müssen und massive Schmerzen hat. Wir sind der Auffassung, dass wir diese Menschen nicht weiter alleine lassen dürfen. Wenn im Bundesgesundheitsministerium Rechtsbeugung betrieben wird, ist es Aufgabe des Parlaments einzuschreiten. Wir fordern mit unserem Antrag daher unmissverständlich gesetzlich vorzuschreiben, dass es schwer und unheilbar Erkrankten in einer extremen Notlage ermöglicht werden muss, ein Medikament zur Selbsttötung zu erwerben. Das gebietet der Respekt vor der selbstbestimmten Entscheidung Schwerkranker. Vielen Dank. Nächster Redner ist Harald Weinberg für Die Linke. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht hier sicher um eine Gruppe von Menschen, die sich in einer extremen Notlage befindet, schwerst- und unheilbar krank ist, gravierende körperliche Leiden, Schmerzen, Beeinträchtigungen wie Leben und Ähnliches erleben, wir haben es gerade ja auch noch mal eindrücklich geschildert bekommen, einen extremen Leidensdruck durchmachen, kaum Linderung erfahren, darunter psychisch leiden, depressiv werden und hochgradig bedürftig sind. Es geht gleichzeitig aber auch um Menschen, die entscheidungsfähig sind und die frei und ernsthaft entscheiden können und wollen, dass sie aus dem Leben scheiden wollen. Eine andere zumutbare Möglichkeit zur Verwirklichung des Sterbeswunsches existiert nicht. Das ist sozusagen auch die Definition gewesen, wann eine existenzielle Not vorliegt. In dieser Situation, so das Bundesverwaltungsgericht, umfasst die Schutzpflicht des Staates nicht nur den Schutz des Lebens, sondern auch den Schutz der Menschenwürde und der Selbstbestimmung. Dabei gibt es keine generelle Regel, so auch das Bundesverwaltungsgericht, sondern das Ziel der Einzelfall. Jeder Einzelfall muss auch entsprechend geprüft werden. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat gefolgert, dass in einer solchen ausweglosen Situation Einzelner in einer extremen Notlage der Zugang zu einem tödlich wirkenden Betäubungsmittel nicht nur nicht verwehrt, sondern explizit ermöglicht werden muss, so das Urteil. Jens Spahn hat daraufhin als Bundesgesundheitsminister der nachgeordneten Behörde angewiesen, dieses Urteil nicht umzusetzen. Er hat dies mit Rückgriff auf einen aus dem Steuerrecht bekannten Nichtanwendungserlass getan, der allerdings nicht anwendbar ist auf diesen Sachverhalt. Die große Mehrheit der Experten ist sich einig darin, dass das nicht übertragbar ist. Sogar der eigene Gutachter, Professor Di Fabio, nimmt eine Zulässigkeit nur ausnahmsweise und vorübergehend an, bis der Gesetzgeber entscheidet. So also wir als Gesetzgeber sind gefordert. Seit März 2017 ist aber in dieser Angelegenheit nichts derartiges geschehen. Weder ist eine Gesetzesinitiative zu sehen gewesen, noch hat es einen Schritt in Richtung Bundesverfassungsgericht gegeben. Es kann mit Professor Rosbruch sogar die Auffassung vertreten werden, dass dieser Nichtanwendungserlass regelrecht rechtswidrig sei, weil der Bundesgesundheitsminister damit das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte als nachgeordnete Behörde zu einem zweifachen Rechtsbruch aufgefordert hat. Nämlich erstens eine bindende höchstrichterliche Entscheidung zu ignorieren, schlichtweg zu ignorieren. Und zweitens die Aufforderung des Bundesgesundheitsminister zu einer generellen Ablehnung aller gestellten Anträge, also nicht die Einzelfallprüfung vorzunehmen. Das hat das Amt auch in Form von Standardbriefen mit Standardformulierungen entsprechend getan. Damit wird den betroffenen schwerstkranken Menschen zugemutet, nun ihrerseits einen monatelang oder jahrelangen Rechtsweg zu beschreiten, was sie teilweise alleine schon aus Zeitgründen nicht können. Das ist aus unserer Sicht überhaupt nicht in Ordnung. Und noch zu dem Thema Wertungswiderspruch mit dem § 217 Strafgesetzbuch. Hier handelt es sich um das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung, das 2015 durch das Parlament hier neu gefasst und verschärft wurde. Übrigens gegen meinen persönlichen Willen. Dazu liegen etliche Verfassungsbeschwerden vor. Und es gibt in der kommenden Woche eine mündliche Verhandlung dazu. Aber nach Ansicht nahezu aller Experten liegt hier kein Wertungswiderspruch vor, da diese Norm auf die vom Bundesverwaltungsgericht verhandelten Fälle nicht anwendbar ist. Das Gericht hat selber überzeugend dargelegt, dass die Erteilung einer Erlaubnis durch das BfArM nicht als geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung zu bewerten sei. Mitarbeiter, die da an der Entscheidung beteiligt sind oder Kommissionen oder Ähnliches, können sich auf dieses Urteil verlassen und haben somit Rechtssicherheit. Im Interesse der Betroffenen und ihres unerträglichen Leids ist eine Klärung und Auflösung der Diskrepanz zwischen höchstrichterlicher Rechtsprechung und behördlicher Praxis dringend geboten. Und insofern, aus diesen genannten Gründen und dem Interesse und in Verantwortung für die Betroffenen werden wir dem Antrag zustimmen. Kündigt Harald Weinberg an, der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion. Auf ihn folgt jetzt Kirsten Kappert-Gonther. Für die Bündnisgrünen ist sie die Sprecherin für Gesundheitsförderung. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wer soll darüber entscheiden, ob ein Leiden schwer genug ist, dass ein Suizid staatlich unterstützt wird? Ein Sachbearbeiter? Eine Gutachterin nach Aktenlage? Ein Katalog des Gesundheitsministeriums? Ich finde, staatliche Behörden dürfen kein Werturteil darüber abgeben, welches Leben lebenswert ist und welches nicht. Aus meiner 25-jährigen Erfahrung als Ärztin, als Psychiaterin, weiß ich, dass der Wunsch zum Suizid in den allermeisten Fällen vorübergehend ist. Er wird stark von den Lebensumständen beeinflusst. Schmerzen, Einsamkeit, die Aufgabe des Staates, der Medizin und der Gesellschaft ist es, an diesen Umständen etwas zu verändern und nicht Suizid zu einer gleichwertigen Option neben anderen zu machen. Wir wissen von einigen Nachbarländern, dass der Anwendungsbereich dort für Sterbehilfe immer weiter ausgedehnt wird. Dort werden heute schon bei Kindern, bei psychisch Kranken und bei Dementen aktive Sterbehilfe angewendet. Ich finde das falsch. Diese zutiefst ethischen Fragen können allesamt nicht mit dem Antrag der FDP beantwortet werden. Dazu wäre eine breite ethische Debatte auch in diesem Haus notwendig. Das Verwaltungsgericht Köln hat übrigens das Verfahren ausgesetzt, bis das Bundesverfassungsgericht über den Paragraf 217 entschieden hat. Nächste Woche beginnt dazu die Verhandlung in Karlsruhe. Unabhängig davon, wie Einzelne inhaltlich zu diesem Antrag stehen, es gebietet der Respekt vor dem höchsten Gericht, dieses Urteil abzuwarten. Ich empfehle Ablehnung des Antrags. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist für die Fraktion der CDU und CSU der Kollege Michael Brand. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was folgt aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes? Das ist eine Grundfrage dieser Debatte. Der Staatsrechtler Prof. Augsberg hat es in der Anhörung im Februar im Gesundheitsausschuss zur Frage der Herausgabe oder Nicht-Herausgabe todbringender Medikamente auf den Punkt gebracht. Augsberg problematisierte das Delegieren auf staatliche Behörden, problematische Kriterienkataloge und die Frage der Verfassungsmäßigkeit. Ich zitiere, in jedem Falle bliebe es dabei, dass die staatliche Behörde oder auch der Gesetzgeber als staatliche Instanz festlegt, unter welchen Bedingungen und anhand welcher Kriterien eine solche Entscheidung von uns hinzunehmen ist. Das ist eine Qualifizierung menschlichen Lebens, wie sie mit unserem Verfassungssystem, das vor allem eine Reaktion auf historisch erfahrenes Unrecht ist, nicht zu vereinbaren ist. Zitat Ende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, um es mit meinen Worten zu sagen, die Anforderungen des Urteils sind nicht umsetzbar. Der Staat kann nicht verpflichtet werden, sich an der Durchführung eines Suizids zu beteiligen, auch nicht in den sogenannten extremen Ausnahmefällen. Es wäre ein Bruch mit unserer Werteordnung und widerspräche auch allen Anstrengungen zum Lebensschutz und der Suizidprävention. Das Gericht in Leipzig ist bei einem sensiblen Thema unsensibel über das Ziel hinausgeschossen. Die breite und auch sehr abgewogene Debatte über Leben und Tod und die fraktionsübergreifende Bundestagsentscheidung 2015 mit dem grundlegenden Anliegen der Abgeordneten um Lebensschutz und Autonomie wurden praktisch zur Seite geschoben. Unbestimmte Rechtsbegriffe wie unerträgliches Leiden oder keine zumutbare Alternative werfen auch neue Probleme auf. Sie würden Missbrauch Tür und Tor öffnen. Wer und wie definiert man eigentlich Ausnahmefälle? Was sind schwer und unheilbar kranke Patienten und unerträgliche Lebenssituationen? Das ist alles in diesem Urteil nachzulesen. Offensichtlich kann es bei solch existenziellen Entscheidungskriterien nicht ernsthaft der Einstellung eines Verwaltungsmitarbeiters überlassen sein, ob Medikamente herausgegeben werden oder nicht. Es liegt auf der Hand, dass die Richtungsentscheidung dem Gesetzgeber vorbehalten bleiben muss. Aber wie sollte dies eigentlich geschehen, ohne dass in verfassungsrechtlich inakzeptabler Form der Wert individuellen Lebens bewertet würde? Zudem hat sich der Gesetzgeber gerade nach intensiver und breiter Debatte im und auch außerhalb des Parlaments mit Experten, und zwar durch fraktionsübergreifende Gruppen, mit breiter Mehrheit für die Neuregelung des Paragrafen 217 entschieden. Und es gibt eine weitere Fehleinschätzung. Das Betäubungsmittelgesetz hat die medizinische Versorgung zum Heilen oder Schmerzlindern zum Ziel, gerade eben nicht die Selbsttötung. Die Selbsttötung kann keinen therapeutischen Zweck haben, wie es das Gericht behauptet. Das ist ein Widerspruch in sich, der in der Konsequenz lebensgefährlich ist. Es geht im Übrigen auch um den Schutz auf andere. Mir stockt heute noch der Atem, wie ein kommerzieller sogenannter Sterbehilfeverein auf dem Rücken von Sterbenden hier versucht, seine Ziele durchzusetzen. Ich empfehle jedem hier die lesenswerte Recherche von Oliver Tollmein in der FAZ vom 11. März 2017 mit dem Titel Frau K. stimmte sofort zu. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bundesgesundheitsminister liegt richtig damit, todbringende Medikamente zur Selbsttötung nicht herausgeben zu lassen. Denn der Staat hat eine besondere Schutzpflicht. Nächste Woche hat das Bundesverfassungsgericht zur mündlichen Verhandlung zum Paragraf 217 geladen. Fraktionsübergreifend werden wir als Abgeordnete dort die breite Entscheidung des Bundestages mit guten Argumenten verteidigen. Dass die Leipziger Richter, wissend, dass sich unser höchstes Gericht mit der Grundfrage über Leben und Tod gründlich befasst, trotzdem vorweg ein zweifelhaftes Urteil im Einzelfall getroffen hat. Übrigens gegen alle Vorenstanzen haben viele Beobachter und auch als Respektlosigkeit gegenüber Karlsruhe empfunden. Ich muss sagen, ich vertraue darauf, dass die Karlsruher Richter die grundlegende Debatte und Entscheidungen im Bundestag angemessen berücksichtigt. Und ich erwarte auch einen Richtungszeig. Sagt Michael Brandt von der Unionsfraktion. Auf ihn folgt jetzt noch mal für zwei Minuten eine Abgeordnete der Grünen-Fraktion. Katja Keul ist die rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Machen Sie eine kurze Intervention. Sie, die wollte ich als Zwischenfrage stellen, ist Ihnen bewusst, dass Artikel 1 des Grundgesetzes als oberste Schutzpflicht des Staates nicht das Leben, sondern die Würde des Menschen ansieht? Und meinen Sie nicht, dass die Menschen, die so sind, wie Frau Helling-Plar beschrieben, gerade deren Würde es gerade verlangt, dass man ihnen hilft und sie nicht alleine lässt mit ihrem Schmerz und ihrer Not? Herr Brandt, wollen Sie darauf antworten? Also erstens will ich sagen, dass das Thema, glaube ich, nicht zur Polarisierung dient. Denn der Gesetzgeber muss natürlich mit einer besonderen Schutzpflicht ausgestattet auch auf die schauen, auf die solche Entscheidungen auch Druck ausüben können. Und die Frage, wie ich denn eigentlich all diese Kriterien, die ich eben zitiert habe aus dem Urteil, wie die der Gesetzgeber umsetzen soll, was ist der besondere Ausnahmefall? Glaube ich, gibt es eine gute Begründung zu sagen, dass dieser Bereich nicht vom Staat geregelt werden kann und dass wir als Staat nicht an einem Suizid beteiligt werden dürfen. Das heißt, das, was Sie als Frage stellen, es ist ja gar nicht so, dass eine Pflicht zum Leben besteht, das sagt der Gesetzgeber nicht. Aber der Gesetzgeber und der Staat sagt, wir wollen nicht als Dritte beteiligt sein. Das ist der entscheidende Unterschied. Da gab es jetzt noch eine Kurzintervention aus der FDP-Fraktion. Jetzt kommt aber Katja Keul, die rechtspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im November 2015 hat der Bundestag beschlossen, die Sterbehilfe unter Strafe zu stellen. Ich habe damals gegen diese neue Strafvorschrift argumentiert. Auch die Gruppenanträge von Künast und Sitte sowie des inzwischen verstorbenen Kollegen Hinze haben für eine liberalere Haltung geworben. Wir wollten nicht, dass Ärzte sich abwenden müssen, wenn Patienten sie um ergebnisoffene Beratung bitten. Über die Verfassungsmäßigkeit der Strafbarkeit der Sterbehilfe verhandelt demnächst das Verfassungsgericht. Und um es noch einmal klar zu sagen, niemand in diesem Hause hat in der Debatte für das geworben, was in Belgien und Niederlanden praktiziert wird. Die aktive Sterbehilfe durch wen auch immer. Darum ging es 2015 nicht und darum geht es auch heute nicht. Worum es nun geht, ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom März 2017. Da hatte das Gericht in höchster Instanz entschieden, dass schwer und unheilbar kranke Patienten das Recht hätten, zu entscheiden, wie und zu welchem Zeitpunkt sie das Leben beenden wollen, vorausgesetzt, sie könnten ihren Willen frei bilden. Zur Begründung hat sich das Gericht ausdrücklich auf das Selbstbestimmungsrecht der Menschen berufen. Es ist aus meiner Sicht ein ungeheuerlicher Vorgang, dass Gesundheitsminister Spahn die verurteilte Behörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel, inzwischen angewiesen hat, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zu ignorieren und die eingehenden Anträge auf ein tödliches Mittel ablehnend zu bescheiden. Solche Nichtanwendungserlasse sind schon an anderer Stelle immer umstritten gewesen. An dieser Stelle aber muss ich ganz klar sagen, für das Selbstbestimmungsrecht des Menschen und die Menschenwürde kann es keinen Nichtanwendungserlass geben. An dieser Stelle hat das Recht des Staates, den Suizid eines Menschen gegen seinen Willen zu verhindern, seine Grenzen. Und deswegen empfehle ich heute Zustimmung für die Umsetzung des Bundesverwaltungsgerichtsurteils, für das Selbstbestimmungsrecht der Menschen und für den vorliegenden Antrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner der Debatte ist für die Fraktion der SPD der Kollege Dr. Edgar Franke. Er sitzt für seine Fraktion im Gesundheitsausschuss. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Anliegen, Rechtssicherheit für unheilbar Kranke in einer extremen Notlage zu schaffen, ist aus meiner Sicht ausdrücklich zu begrüßen. Wir haben ja schon mehrmals das Bundesverwaltungsgerichtsurteil von März 2017 gehört. Es ist eine höchstrichterliche Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was war der Inhalt? In absoluten Ausnahmesituationen kann bei unheilbaren Erkrankungen, so das Gericht, bei gravierenden körperlichen Leiden und Schmerzen, die palliativ nicht wirksam mehr behandelt werden können, unter Umständen ein Anspruch auf ein letales, das heißt zum Tode führendes Medikament, bestehen. Der Anspruch besteht gegenüber dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Das Gesundheitsministerium, das haben wir auch schon gehört, hat durch seinen Staatssekretär das nachgeordnete Bundesinstitut ausdrücklich angewiesen, dieses Urteil nicht umzusetzen. Wenn aber ein Ministerium, eine nachgeordnete Behörde anweist, ein höchstrichterliches Urteil zu übergehen, ist das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein eindeutiger Verstoß gegen das Gewaltenteilungsprinzip. Und ich sage hier auch, das Gewaltenteilungsprinzip ist ein elementares Prinzip unserer Verfassung, das man nicht so einfach missachten darf. Denn aus guten Gründen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist in unserem Grundgesetz verankert, dass die Exekutive, dass die Ministerien sich an Recht und Gesetz halten müssen. Das gilt übrigens auch unabhängig davon, ob man den Inhalt des Urteils für gut oder schlecht findet. Das muss man abstrakt sehen, und es hat damit nichts zu tun, welche Haltung man hat. Hier, auch das haben wir schon gehört, ist leider das Gegenteil geschehen. Auch ich will inhaltlich zum Antrag sein. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Es ist auch schon vielfach gesagt worden, dass wir im Rahmen der Sterbehilfedebatte auch unterschiedlich diskutiert haben, auch fraktionsübergreifend unterschiedlich diskutiert haben. Aber ich muss auch sagen, dass eine Medikamentenfreigabe in einer Extremsituation jedenfalls nicht bedeutet, aktive Sterbehilfe als Teil der Gesundheitsversorgung zu etablieren. Auch das, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss man ganz klar sagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, viele haben damals argumentiert, ein Suizid war und ist und bleibt eine private Entscheidung. Auf jeden Fall ist das sozusagen etwas, das eine Person selbst bestimmen kann, wie ein würdevolles Leben am Ende aussehen soll. Das sage ich auch ganz persönlich als jemand, der sich in der Kirche engagiert. Das Persönlichkeitsrecht aus Artikel 1 und Artikel 2 ist vielleicht das wichtigste Grundrecht unserer Verfassung. Natürlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, muss Ethik, muss Moral immer ein wichtiger Kompass unserer Gesellschaft. Und das Grundgesetz atmet auch diese Prinzipien. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum wir damals den Paragraf 217, jedenfalls mehrheitlich, nach langer, fraktionsübergreifender Debatte im Strafgesetzbuch, Sie erinnern sich, fünf Stunden haben wir diskutiert, sozusagen im Strafgesetzbuch verankert haben. Und es ist natürlich auch unsere Pflicht, Menschen, das sage ich auch als Gesundheitspolitiker, in der Not beizustehen. Und vor allen Dingen ist unsere Pflicht, alles zu machen, dass die Palliativmedizin noch besser wird, gerade um Suizide zu verhindern. Wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch gehört, dass nächste Woche zumindest die Verhandlung, die mündliche Verhandlung beginnt und das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit von 217 entscheiden muss. Was man unter geschäftsmäßiger oder Förderung der Selbsthütung genau zu verstehen hat. Ob beispielsweise hier das Urteil auch darunter fallen würde. Vielleicht wird das Gericht auch einen Hinweis, einen rechtlichen Hinweis geben, ob die Medikamentenfreigabe durch ein Bundesinstitut erlaubt ist. Ich sage, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Schluss, dass wir natürlich abwarten müssen, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Weil dann kann erst entschieden werden, ob eine erneute Debatte über den Umfang und Grenzen der Sterbehilfe sinnvoll ist. Und wie die ausgehen kann, diese Debatte. Weil das rechtliche Rahmenbedingungen sind, die für uns dann wesentlich sind. Insofern bitte ich die FDP-Fraktion noch, zu überlegen, ob der Antrag nicht zurückgestellt werden kann, bis wir die rechtlichen Grundlagen haben und wirklich über Sterbehilfe, über die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen, über die Rahmenbedingungen entscheiden können. Ich danke Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Edgar Franke von der SPD-Fraktion hat darauf hingewiesen, 2015 hat der Bundestag beschlossen, dass die geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung verboten ist. Und das hat eben Ärzte, Palliativmediziner und auch beratende Organisationen doch stark verunsichert, ob sie eventuell darunter fallen könnten. Letzter Redner in dieser Debatte ist Erich Irzthorfer von der Unionsfraktion. Ich sehe auch keine parteipolitischen Elemente oder gar eine gewisse Schärfe verdient, weil wir, ich glaube, alle die Dimension vermutlich in einer solchen Situation gar nicht richtig greifen können. In der letzten Wahlperiode hat das Parlament nach einer langen und intensiven Befassung das Verbot geschäftsmäßiger Suizidbeihilfe beschlossen. Und dabei hat der Gesetzgeber mit dem strafrechtlichen Verbot auch eine Werteentscheidung getroffen. Suizidbeihilfe sollte explizit nicht zur Normalität werden. Und die Mitwirkung an der Selbsttötung kann keine staatliche oder auch behördliche Aufgabe sein. Sollte hier beim Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung getroffen werden, die eine erneute Befassung des Parlaments mit der Suizidbeihilfe erforderlich macht, erschiene es zudem angezeigt, analog zur 17. und 18. Wahlperiode eine Meinungsfindung über fraktionsgreifende Gruppenanträge herbeizuführen und auf die Fraktionsbindung natürlich zu verzichten. Es ist mehr als moralisch, ethisch und gesellschaftlich zu diskutieren, ob der deutsche Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern auch in Notlagen die mit Medikamenten gefüllte Hand hinhalten soll, um so der leidenden Person vermeintlich den Abschied zu erleichtern. Die Diskussion ist wichtig und gesellschaftlich von enormer Bedeutung, gerade da, wo immer mehr Menschen in ein Alter kommen werden, in dem sie sich auch mit dem Tod auseinandersetzen müssen, gleichzeitig aber auch die Medizin und Forschung immer innovativer und fortschrittlicher wird, auch mit dem Thema lebenserhaltende Maßnahmen. Wir als Politik und die gesamte Gesellschaft müssen sich die Frage stellen, inwiefern Menschen in ihrer abschließenden Lebensphase behandelt und versorgt werden müssen oder sollen. Die Position vom oftmals schon hier erwähnten Bundesminister Spahn, Selbsttötung kann keine Therapie sein, hat meine Unterstützung, weil ich auf die Palliativ- und Hospizarbeit baue und sie ein unumgänglicher Bereich der medizinischen Versorgung ist und auch in hoher Qualität. Palliativmedizin, meine sehr geehrten Damen und Herren, sowohl im stationären als auch im ambulanten Sinne, muss und wird durch den Staat deutlich gefördert. So ein Zeichen an die Patientinnen und Patienten, aber auch an die jüngere Generation sollen sehen, der Staat sorgt für jede Lebensphase, auch kurz vor dem Tod für die Bevölkerung. Fraglich bleibt es natürlich, ob der Staat hier als verlängerter Arm der Sterbehilfe agieren soll, ohne verantwortungsvoll die Menschen andere Alternativen zu bieten. So ein emotionales und gesellschaftlich schwieriges Thema kann nicht einfach durch die Vergabe und Zulassung von Medikamenten abgeschlossen werden. Der Antrag kann für mich zumindest nur abgelehnt werden, um eine kurzfristige und somit gefährliche Entscheidung zu vermeiden. Denn mich leitet in dieser ganzen Thematik immer einfach auch noch der Satz von Kardinal Höfner, der 1987 sagte, ein Mensch stirbt nicht an einer Krankheit, sondern wenn Gott ein Leben vollendet hat. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe deshalb die Aussprache. Ich weise darauf hin, dass mir mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vorliegen. Wir kommen jetzt zur Beschlussfassung des Ausschusses für Gesundheit zu dem Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Rechtssicherheit für schwer unheilbar Erkrankte in einer extremen Notlage schaffen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19-998, den Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 19-4834, abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind überwiegend die Fraktionen der SPD und CDU und CSU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Gegenprobe. Das sind die Fraktionen FDP, zum großen Teil Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke. Enthaltungen? Das ist die Fraktion der AfD. Wir sind uns einig, dass das Erste die Mehrheit war. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen und der Antrag abgerinnt. Da muss sich Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann kurz beraten, denn das ist doch ein bisschen ungewöhnlich gewesen, das Abstimmungsverhalten. Die Wahl eines Mitglieds des Vertrauensgremiums gemäß § 10a der Bundeshaushaltsordnung. Da haben abgegebene Stimmzettel 633, ungültige Stimmzettel 3. Mit Ja haben gestimmt 195, mit Nein haben gestimmt 404, Enthaltungen 31. Der Abgeordnete Markus Bühl hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht und ist deshalb nicht gewählt. Das Protokoll über die Wahl von zwei Mitgliedern des Gremiums gemäß § 3 des Bundesschuldenwesengesetzes. Da haben 629 Kollegen und Kolleginnen ihren Stimmzettel abgegeben. Auf den Kollegen Albrecht Glaser empfielen 151 Ja-Stimmen, 442 Nein-Stimmen, 32 Enthaltungen und vier ungültige. Auf den Kollegen Volker Münz empfielen 205 Ja-Stimmen, 385 Nein-Stimmen, 35 Enthaltungen und vier ungültige Stimmen. Damit sind die beiden Abgeordneten nicht gewählt, weil sie die erforderliche Mehrheit nicht... Die beiden haben sich zum sechsten Mal zur Wahl gestellt zu diesem Gremium. Das besteht aus Mitgliedern des Haushaltsausschusses und wird vom Bundesfinanzministerium über alle Fragen zu den Schulden des Bundes informiert. Da haben 638 Abgeordnete Stimmzettel abgegeben. Mit Ja haben gestimmt 203, mit Nein haben gestimmt 403, Enthaltungen 32. Der Abgeordnete Peter Böhringer hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 335 Stimmen nicht erreicht und ist nicht in das Gremium gewählt worden. Das vierte Protokoll geht über die Wahl eines stellvertretenden Mitglieds des Sondergremiums gemäß § 3 Absatz 3 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes. Dort haben 638 Abgeordnete ihre Stimmzettel abgegeben, zwei waren ungültig, 196 haben mit Ja gestimmt, mit Nein haben gestimmt 409, Enthaltungen 31. Die Abgeordnete Dr. Birgit Malzsack-Winkemann hat damit die erforderliche Mehrheit von mindestens 355 Stimmen nicht erreicht. Sie ist als stellvertretendes Mitglied des Sondergremiums nicht gewählt. Ich rufe nunmehr auf den Tagesordnungspunkt 9. Und dieses Sondergremium gemäß dem Stabilisierungsmechanismus kann tagen, wenn es um den Euro-Rettungsschirm geht. Und zwar, wenn Staatsanleihen meistens an Börsen gehandelt werden und aber die Bundesregierung sagt, dass das besonders vertraulich ist, wie die jetzt an die Börsen zum Beispiel gebracht werden. Dann berät eben nicht der gesamte Bundestag, sondern dieses Gremium. Und die Mitglieder dieses Gremiums stehen schon fest, bis auf Vertreter von der AfD, die sich hier auch zum sechsten Mal zur Wahl gestellt hatten, aber nicht die erforderlichen Mehrheiten bekommen haben. Und das ist das Sondergremium.